Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sleppable Legends Nein, das ist kein guter Landeplatz Ich würde sagen, wir landen Verwahrung Oh, er will da landen Ja gut, okay Dann let's go So, ich bin schon mal gespannt, ja Ich bin jetzt Bronze 3 Fast Bronze 2 Ähm, ich hab gestern wieder ein bisschen gespielt Zwar leider nicht so viele Punkte bekommen Wie wenn ich aufnehme Aber, gut Ich weiß Irgendwas muss ich mir noch mal merken zu sagen Wenn ich hier aufnehme Und das werde ich jetzt auch immer tun, hoffentlich Wii, zack Boah, da wird ein riesen Sprung hier So, ich muss mit Pistole auf jeden Fall killen Und mit Gewehren Warte mal, das ist ein Gewehr Das ist ein Sturmgewehr Nehme ich auf jeden Fall mal mit Nehme ich auch mal mit Traurigerweise nehme ich jetzt auch mal die Mosambik Ah ne, das ist ja eine Shotgun, das zählt gar nicht als Pistole Das zählt als Pistole So Gut Äh Man Das ging jetzt relativ schnell Ja, ich wollte nämlich eigentlich sagen Ähm Dass man nicht vergessen sollte Am Ende des Videos Wenn einem das Video gefallen hat Natürlich auch zu liken Das machen natürlich viele nicht Aber es gibt auch ein paar, die das machen Das finde ich ganz gut Eieiei, das wird jetzt lustig Das wird jetzt witzig Ich hoffe, ich werde noch gerettet Aber wir gucken natürlich hier dem hier mal zu, ne Den guten Endry Da ist ein goldener Rucksack gewesen Da war ein Okay, ich muss mir den Spot merken Da war ein goldener Rucksack Da war ein goldener Rucksack Nein, 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 nein Du gehst da jetzt Nein Ach verdammt Mann Scheiße Egal, da ist jetzt ein blauer Rucksack Auch nicht schlecht Und anscheinend Lootet der mich Wow, der hat mich jetzt echt gelootet Really? Wow Okay, nice Schön Muss ich mir meinen Hakt wieder selbst Können die mich auch mal zum Sender bringen? Hallo? Ja Statt auf die Sniper zu wechseln Auf Sturmgewehr Ist klar What the fuck Was sollte das? Statt mich zum Sender zu bringen Oh Mann, Leute Bis zur nächsten Runde Würde ich mal sagen, oder? Ich bin der Jumpmaster Yay So Nein Finde ich gut Finde ich sogar sehr gut Wir warten mal, bis der Leviathan Hier mal ein bisschen Nein, wir landen da nicht So, ihr schön nah am Leviathan vorbei Nice So Mal gucken, wie viele im Bunker jetzt auch landen So Ich meine, schon mal eine Waffe bekommen Das ist doch gar nicht so schlecht Ah, eine Pistole Ich meine, schon mal eine Pistole für die Daily Challenger Und die Playstation ist mal wieder lauter als sie sollte Alter Versteht einer dieses Drecksding? Ich weiß es nicht Ich verstehe es nicht Was? Da oben ist Action Ich komme Ich komme geschwind Wie ein Reuliges Kind Und Ja Weiß ich nicht Ne, komm, ich nehme jetzt die R301 Ich habe gar keine Rüstung Zack Oh, warte mal Das nehme ich mit Wo ist denn eigentlich unser Buddy? Der ist da hinten irgendwo Der hat eine Rüstung gefunden Perfekt Ich wollte nämlich gerade da hinten hingehen Dankeschön Alter, eine goldene Rüstung hat der gefunden Nur wenn ich mal da geblieben wäre Ich bleibe mal lieber bei meinem Scharfschützengewehr Ein Choke wäre natürlich noch ganz geil Ja, Buddy, wir sind nicht mehr bei dir Lauf mal lieber Mann, 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 ey So, auf zur Stadt, würde ich sagen So, hat keiner gesehen Hat absolut keiner mitbekommen Ich bin Der Sneaky Ninja Dem Oh Neuer Kirschspitzenreiter Augen offen halten Habt ihr da welche gesehen? Oh, das ist was Goldnes Eine goldene Mosambik? Ach toll, als hat er mir die Mosambik geklaut Warte mal, was ist denn das hier? Na, für die RE Für die RE oder Alternator Gibt's da eine RE drin, ne? Ne, leider nicht Schade Eine RE wäre nämlich echt geil Dann könnte ich die Pistolen-Kilze mich viel besser machen Ja, unser Buddy hier wird beschossen Und wo denn überall? Ach, da oben Aua, 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 aua Autsch, auutsch, auutsch, auutsch Schaffen wir die, schaffen wir Nein, 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 ich nehme jetzt die Spritze Ist mir jetzt egal Der ist abgehauen, die Sau Oh, hat er den? Boah, der hat den Oha Was? Oh, nice Hey, ich brauche, ich brauche doch auch was Hallo, Leute Okay, das brauche ich jetzt nicht Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht Ich brauche aber Leichte Munitione Signore Okay Okay, der hat nicht Mann, ich kriege nichts ab, ey Ich habe zwei jetzt gekillt, ja Und wahrscheinlich kriege ich von dem Typen hier auch nichts ab Ach komm, leck mich doch, ey Oh, 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 oh Warte mal, war ich den da hinten schon looten? Ne, ne? Der hat bestimmt noch Schildzellen Leute, der wird zurückgeholt Oh nein Oh, der hat eine Alternator Leute, der wird zurückgeholt Da wird irgendeiner zurückgeholt, leider Muss mal ganz kurz gucken Habe ich noch irgendwelche Schildzellen Ich habe gar keine Schildzellen Guckt es euch an Oh ja, ich will mein Geburtstagsgeschenk Wenn da eine Rüstung drin ist, dann nehme ich die Sorry, Johann, T-T-K oder T-R-I Keine Ahnung Mir scheiß egal Jetzt haben Oh, das ist gut Jetzt habe ich immer in zwei Schildzellen Nein, da könnte nix sein Hier ist irgendwo ein Gegner Ich weiß es Hier ist doch irgendwo einer gewesen Oder ist der hier rüber gegangen? Das kann natürlich sein Schildzellen? Ach, leck mich doch, ey Okay, ist einer tot Vielleicht liegen hier noch mehr Deathboxes Deathboxes Mal gucken Ah Ach, Mann Leckt mal doch an der Popperze, ey Das kann doch nicht wahr sein Was? Ne, ich bin nicht verwirrt Ich bin einfach nur traurig Traurig, dass ich keine Schildzellen hier abkriege Ah, geht doch Oh, für die Mosambik oder P20 Ja, ist mir egal Ich habe jetzt meine RE Warte mal, habe ich nicht genug von der Energie Munition? Ja, habe ich Ah, das brauche ich gar nicht mehr Oh, okay Was ist denn das da? Skin übernehmen Lol Lol Oh mein Gott Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Man kann Das ist neu, ne? Oh, Choke brauche ich Choke brauche ich Warte mal, das ist meins Meins Nein Man kann jetzt seinen eigenen Skin bei den Waffen übernehmen Das finde ich mega gut Das heißt, wenn du halt einen hässlichen Skin hattest, wie ich gerade eben Und du dann einfach hier so einen richtig krassen Mega-Boom-Skin hast, wie ich jetzt habe Ja, das ist nämlich meiner Ist ja klar Bin ja der Beste Kapper Dann, äh Oh, was, hier ist Hier ist ein Chorsteg Und da hat hier einfach nur einer richtig hart gefurzt Oh, endlich mal Munition, ey Einmal noch Zack Hallo Wie gut ist das, bitte? Was? Alter Ich habe das Gefühl, die AE ist irgendwie schlechter mit dem Aufsatz Oh Gott, nein Ich werde vergast Ich werde vergast Bitte nicht Ich werde knallert, vergast Alles klar Ja, moin Oh Mann, ey Hol doch unsere Abzeichen Ah, ja, macht's auch, okay Nivuniniku Alles klar Der hat nix mehr Oh Junge, was machst du denn da? Was machst du denn da? Warum bist du denn? Gut, Leute Das war's Für diese Runde Für diese Folge Ich bin mal gespannt Wie viel RP ich dazu bekomme Ich glaube, wir sind Platz 10 gewesen oder so Oder Platz 9 Hab keine Ahnung Oh, Platz 5 sogar Sechs Stück Immerhin Gut, dann bis zur nächsten Folge Epic's Legends Da drin und tschüss Und dann bis zur nächsten Folge Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal